Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Verschwitzte mit dem Hut, der ist verdammt schnell Er kann so schnell sein, wie er will, für uns ist das kein Problem Interessiert Sie irgendwas Besonderes, Master? Ja, was der Riechling da für Unterhosen trägt Wenn der sagt, er schießt uns aus den Socken, dann tut er's auch Hilfe! Bei mir geht keine Kugel daneben, Kleiner Also wenn du willst, dass auf deinem Grabstein dein Name steht, dann lass mal ab, wie du dreckiger Bastard überhaupt heißt Man nennt mich Trinita Das bist du? Ich sagte, ich wollte ein warmes Bad, du Pflaume! Was ist das für ein Knochen? Das ist die rechte Hand des Teufels Und ich bin seine Linke Dann läuße ich ihm ne Tüte Blei ins Knie Wenn der ein künstliches Knie hat, sähe ihm aber blass raus Du bist das Ideal eines Bruders Ach, Quatsch nicht, ich bezweifle, dass wir Brüder sind Was soll das heißen? Wir trennen uns hier, ich reite gen Westen Und du wirst nach Osten traben, das ist die Richtung Das ist ja ein Ding Hey, sattel sie damit nicht fest! Mach dein Maul auf! Emiliano wird nichts dem Gringo verraten Dann bleib ich dir den Staub aus dem Gewurzprüfer Emiliano sagt Gringo alles! Na bitte! Lass! Ja! Wer war das? Komm her! Du bist du's nie wieder! Helder Mensch! Oh, entschuldige Dekka So ein Schießprügel ist gefährlich Wie oft soll ich dir das noch sagen? So, ich empfehle mich Dabei zieht man aber seinen Hut Wenn du in die gidete Wenn du in die explanationen aus Dam! Komm her! Tap, ich versuch siee Du bist so某 Bis zum nächsten Mal ический Die re我的 Be Wenn du in die